Dirk Amago, Reus sieht Arango. Sie übertreffen sich jede Woche selbst in der Schönheit ihrer Traumtore. Ein Genuss zuzusehen, wie der Ball auf schlechtem Boden die Mitspieler erreicht. Doppelpässe sind Standard, die Technik exzellent. Arango nicht im Abseits. Er kann sogar um die Ecke schießen. Ein Wahnsinns-Tor. Da wird Günter Netzer in der Schweiz vor Freude aus dem Sessel springen. Andere befördern einen so hoppelnden Ball mit dem Schienbein übers Tor. Eines der frechsten und gekonntesten Tore der Saison von Juan Arango.